Hallo Leute, ja, es geht weiter mit der gruseligen Musik. Also, ich hab die Stadt schon ein bisschen erkundet, also, das hab ich bemerkt. Von rechts kommt kein Wasser, ähm, ja. Und der einzige Ort, in den wir jetzt gehen könnten und was herausfinden könnten, war jetzt bei Gustav. Also das hier. Und jetzt redet er mit uns. Reden, okay. Ich erinnere mich, dass beim letzten Turnier vor 10 Jahren ein Mann da war. Er war unglaublich stark. Nichts konnte ihn besiegen. Ich sammelte meine Kräfte und forderte Heath wieder und wieder heraus. Ich wollte ihn unbedingt schlagen. Ich fand ihn, wo immer er auftauchte. Eines Tages verschwand er plötzlich vom Schlachtfeld. Ich dachte, er wäre gestorben, aber dann erfuhr ich, dass er General geworden war. Er war ein Mann mit einem starken Glauben. Er schien einen Grund zu haben, sich der Armee des Reichs anzuschließen. Ich muss selbst härter trainieren und eines Tages die Rechnung mit ihm begleichen. Okay, das haben wir jetzt erfahren, dass er eine Fäde gegen ihn hat. Aha. Und jetzt könnten wir noch gucken, ob der, wie heißt der, Romanio, oder wie das noch hieß, irgendwas hat, dass er irgendwas hat zu verkaufen. Ähm, kaufen. Okay, der ist dann... Halt die Fresse, Mann. Entbeadet. Ähm, ja. Okay, er hat 19.09 Karten, die brauche ich jetzt unbedingt nicht. Und jetzt gehe ich mal zu Fizz. Bei denen habe ich gar nicht nachgeguckt. Beim König und die anderen gibt es nichts. Die sagen nur, warum ist es dunkel? Wieso? Und alles. Hey, ich werde aber wohl alt. Meine Augen lassen mich langsam in den Stich. Ja. Das ist der Grund. Also, okay, das wäre es eigentlich. Und wir sehen uns in, äh, in der Wüste. Also, bis gleich. Okay, wir sind in der Wüste. Also, wir sind gleich da. Und was ich noch, ähm, erzählen wollte, ist, diese Turniere, also Diamantenturniere und Goldturniere kann ich jetzt nicht machen. Der Mann sagt nur, also, dieser Soldat in der Mitte sagt nur, ja, ich würde gerne Wettkämpfe sehen, aber zur Seite geht das nicht. Also, nicht wundern, dass sie nicht dahin gehen, weil ich schon ausprobiert habe. Ja. Einfach weiter. Östliche Sammelswüste. Und. Jägerfahrt. Und das ist der große Baum. Und jetzt kommt was. In den Süften breitet sich eine Plage aus. Lass uns dort hingehen. Südwestlich von östlichen großen Bomben. Also, südwestlich. Ich glaube, ich habe da eine Ahnung, wo ich hingehen muss. Weil kurz davor will ich jemanden besuchen. Vielleicht ist da irgendwas für uns. Oder vielleicht auch nicht. Einfach mal ausprobieren. Ähm, ja. Einfahren nach oben. Einfahren nach oben. Nicht von diesen Monstern erschrecken, die sind sowieso unfähig. Halt die Fresse. Ja, das fahren wir jetzt auch. Und. Okay. Warte, ist die Brücke vielleicht fertig? Okay. Die ist noch nicht fertig und es ist düster. Ich habe Angst. Nein. Und. Was hast du zu sagen? Hier ist die Musik anders. Reden. Es gibt mehr und mehr Käfer. Sie sind so ekelhaft. Hm. Also, habe ich da nicht. Glaube ich weiß, was die Plage ist. Ja. Ähm. Hallo? Was ist das denn? Ähm. Okay. So, so, so. Aber war das richtig, hierher zu kommen? Das ist die bessere Frage. Ähm. Also, ich gucke mal kurz nach. Also, ich hatte recht. Äh, nein. Ich hatte unrecht. Da gibt es nichts mehr. Und wieso scanne ich diesen scheiß Bastard wieder ein? Hm. Okay. Das hier. Okay. Das haben wir jetzt auch erledigt. Kann ich irgendwas untersuchen? Nein. Wie heißt sie? Ren, naja. Wo? Sümpfe. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Ich hasse sowas. Verdammt. Scheiße. Die Sümpfe sind sehr groß. Ren weg, wenn dir dein Leben lieb ist. Ähm. Okay. Es hat aus der Luft angegriffen. Okay. Ich gehe einfach mal nach oben. Und habe Angst. Was ist das denn? Da habe ich das noch nicht... Äh. Okay. Na, ich glaube ich hatte es schon, oder? Warte, war das nicht in diesem Turm da? In diesem, äh, Masterma oder wie das hieß? Okay, erledigt. Karte. Kann ich da nicht hoch? Okay. Hm. Hm. Okay. Die haben bestimmt irgendwas zu sagen. Ohne ein einziges Blatt wird dieser Baum nicht mehr lange überleben. Dieser Baum stirbt gerade. Aha. Pfff. Scheiße. Äh. Ist da jemand hochgeklettert? Ich weiß es nicht. Oh, du. Du dreckige... Warte mal. Achso. Hä? Scheiße. Scheiße. Das ist sehr groß, dieses Feld. Okay, eine Blume habe ich. Komm mal runter hier. Dreckspflanze. Karte. Danke. Oha. Was willst du? Was willst du? Komm da her. Ach, ich will das analysieren. Komm mal her, du dreckige... Ey, leck mich doch am... Ey, leck mich doch am... Egal. Egal. Ich komme später wieder her und dann verprügel ich dich richtig. Ähm. Achso, das war die Pflanze. Ich dachte schon. Boah. Und sagst du irgendwas dazu? Anscheinend wohl nicht. Und du schmeißt irgendwelche Kanonen auf uns. Du dreckiges... ...Mischstück. Styrogear. Okay. Ähm. Nein. Was zum Teufel ist das wie ein Sumpf? Ähm. Okay. Heißt das gleich, dass der Boss kommt oder was los? Ja, der Boss... Ähm. Er beobacht die Wal... Die macht das Walde. Sei vorsichtig. Hä? Ähm. Okay. So, so. Du... So. So, so. Ich will den analysieren. Ja. Drecksteile. So. Ey, der ist wirklich schwach. Ich will den analysieren. Ich mach einfach mal so. So. Ja, so. Endlich. Verdammte Scheiße. So, 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 so. Ähm. Irgendwie kommt es mir zu leicht vor. Ähm. 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 Irgendwie kommt es mir zu leicht vor. Wie schnell ging das denn? Ach, du heilige Scheiße. Ach. Da ist jeder Meli, heißt der, oder? Ja, er freut sich. Er freut sich. Er freut sich ein Keks. Aber dieser Gegner war der leichteste. Boah. Okay. Ich wusste, du würdest kommen. Danke, Roxas. Oh, das Buch der Bevorzeiung. Ähm, ja. Nomadenzelt, ja. Cyrolusplatz, ja. Ähm. Eliosberg? Kapitel 10. Feuergeist. Bei mir geht es irgendwie sehr schnell mit dieser Geschichte hier. Wenn Feuer im Berg wütend und die Erde anschwellen wird, wird der Engel einmal mehr erscheinen. Ja. Den Satz kennen wir ja schon. Okay. Was jetzt? Vulkan. Das muss Rempo sein. Das muss es sein. Ja, lass uns schnell aufbrechen. Schlage die Seite mit dem Vulkan auf, um dorthin zu springen. Aha. Deswegen. Hm, hm. Wir kriegen ein Leben dazu. Und? Was ist das hier? Gift Katana, okay. Was? Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Gute Arbeit. Ja, dankeschön. Und ich brauche jetzt die Karte. Okay, ich habe das schon. Und gibt es irgendwas an den Seiten oder so? Gibt es hier irgendwas? Hm, okay. Hier gibt es wohl nichts, okay. Hm, okay. Ja. Hier gibt es wohl nichts, okay. Hier gibt es wohl nichts, okay. Aber erst muss ich mal die Gegend hier erkunden. Das ist irgendwie unglaublich, diese Gegend. Okay, da komme ich wieder dahin. Okay. Geh mal nach links. Geh mal nach links. Hier geht nicht. Oder? Aber wieso leuchtet er eigentlich wieder? Warte, irgendwas war da mit ihm, oder? Hm. Drecksteil. So. Achso, er hatte Licht, ja. Deswegen. Wie? Du greifst mich an. Ich geh mal runter. Oder kann man nicht? Warte, erst mal die... Ah. Was ist das? Das ist 12. Okay. Warte, kann ich nach oben gehen? Nein, anscheinend wohl nicht. 11, 12 haben wir. Wenn man nach rechts geht, kommen wir zu 13. Richtig. Okay. Ist 13 vielleicht das höchste? Muss mal gucken. Das ist 3. Das ist 5. Und oben geht zum Boss, okay. Okay, 2 ist das. Ich geh mal nach... Okay, geht nicht. Einfach mal nach oben. 7. Okay, geht auch nicht. 6. Okay. 4. Ah, noch eine Blume. So. Ähm, okay. Die Blume sieht witzig aus, ja. Ähm, okay. 9. Jetzt fehlt noch die 10. Dann haben wir alles. Oder? Doch, doch. Dann haben wir eigentlich alles. Das ist der Eingang, okay. Das ist der Eingang, okay. Aber wo ist die Nummer 10? Wo ist die verfickte Nummer 10? Oder habe ich die schon längst gesehen? Hm. Ich habe da eine Idee. Ich gucke einfach mal so nach. Karte. Ähm. Ach. Andere. Ach, nicht das hier. Verfickte Scheiße. Nein. Hm, okay. Okay. Okay, wo ist aber die 10? Ich bin nicht zu 5. Oder ist die 10 vielleicht... Ach, das kann das sein? Nein, das ist ein anderes. Das kann nicht die 10 sein, oder? So. Danke. Ach, ich mache hier einen Cut und die 10 gefunden habe. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.